Wenn man reincheatet und einfach nur gegen Legends reinkeckt, dann ist das ja meistens GG easy, man dobst rum und macht seine Rage-Geschichten, hat Anti-Aim und Pipapo, wir kennen das ja von den Overwatchers, also ist nichts Besonderes, aber was ist, wenn ein Gegenspieler anfängt auch gegen zu cheaten und er gar nicht so übel reincheatet, dann muss man ja die Map ganz anders ansehen, also nicht so wie die Augen eines Legends die Maps sehen, sondern es ist ja direkt die Überlegung, wo kann ich wann und wie gebankt werden, wann kann ich den anderen zuerst erwischen und so weiter und so fort, wie laufe ich am besten und so ein Overwatch habe ich gerade eben gehabt, ich habe kurz reingeschaut und dachte mir, hm, das ist eine ganz andere Sicht auf die Map. Also wir haben hier unseren Kekko am Start und das, am Anfang ist noch das übliche Geplänkel halt, ich meine klar, da kann man, da weiß man dann auch, wo der andere steht oder spawnt mehr oder weniger, da kann man ein bisschen Schotter machen, wir spulen hier durch, ich bezweifle auch gar nicht, das er anhat, er hat voll an, volle Pulle an, darum geht es in dem Fall hier auch nicht, sondern darum, wie er gleich die Map benutzen muss, damit er tatsächlich eben halt auch, ja, gewinnt oder eben auch nicht. Also hier wird reingedopst und es stellt sich auch direkt schnell heraus, wer halt hier alles cheatet, man sieht es ja auch, wer diese Bunnyhops am Start hat und nicht nur seine Mace cheaten, sondern auch die Gegner. Jetzt passt er mal, oh, wacht. Er hat hier die, äh, nicht so toll penetrierenden Elites, schaut dem einen die ganze Zeit nach, ne, diesem Ostrich und ich hab hier direkt schon gedacht, oh, Ostrich, das scheint sein, sein Erzfeind zu sein oder zu werden. Ich meine, das ist die erste Runde, noch ist der ja nicht viel. Er beobachtet ihn ganz genau, traut sich nicht ranzugehen und rennt ihm dann aber jetzt hinterher. Wir schauen mal, wie sich die ganze Sache hier auflöst. Erst, er weiß, wo er steht und ich gehe stark davon aus, dass auch Ostrich weiß, wo er halt steht. Er klatscht ihn weg und schon hat unser kleiner Suspink seine erste One-on-One-Runde verloren gegen den feindlichen Cheater. Jetzt wird die Scout ausgepackt und jetzt beginnt es ja schon. Du musst, wie gesagt, genau überlegen, wo kannst du denn durchbangen und wo nicht. Wie weit kann ich laufen? Ich nehme an, dass es im Cheat sicherlich auch irgendwie irgendwo markiert. Ähm, da rechts wurde gerade eben Dan Mann gekillt, weil er kurzzeitig erreichbar war. Ja, aber dieser Punkt zum Beispiel, da habe ich angefangen darüber nachzudenken, wie für den das Spiel abläuft. Er steht hinter Objekten, die nicht zu durchbangen sind oder nicht zu leicht zu durchbangen sind. Aber ich denke, hier kann man überhaupt nicht durchbangen, maximal durch die Kanten. Und er muss jetzt die Map halt genauso usen, damit er nicht getroffen wird, aber gleichzeitig direkt der Erste ist, der eben den Schuss macht durch die Wände hinweg oder hindurch, um dann schlussendlich den Kill zu leisten. Der Gegner hoppelt jetzt hier runter auf Rampe, glaube ich, genau. Und sein Mate ist gestorben, wahrscheinlich der einzige Legend. Der geht runter auf Rampe und jetzt, nee halt, er ist auf Side runter gehopst und er hat ihn jetzt halt einfach durch dieses Mittelteil erkillen können. Ja, und da kam mir dieser Gedanke, ich bin ja überhaupt nicht in der Sache drin. Ich habe es schon mit Hackern geschrieben und da hört man natürlich, dass Hacker vs. Hacker was ganz anderes ist vom Feeling her, vom Spiel her. Da sind diese ganzen Standardsachen logischerweise überhaupt nicht vorhanden, was du wissen und können musst, um zu spielen. Das hat es mir jetzt halt sehr deutlich gemacht. In einem normalen Match mit, ich sag mal, bestimmt drei Cheatern gegen drei Cheater. Ja, wie sehr. Die stehen jetzt genau an dem Punkt, wo sie halt nicht gehittet werden können. Er weiß, dass sie da stehen und er weiß... Okay, wurden jetzt... Wööö? Wurden die live gebannt? Da müssen wir reingucken. Ich muss mal eben kurz reingucken, ob er nicht schon gebannt ist oder ob ich irgendwie was anderes... Irgendwas anderes... Ich gucke mir mal die Demo an, die Original-Demo. Also, wir machen einen kleinen Schnitt. So, hier haben wir die Demo am Start. Ich habe eben schon mal kurz durch die Accounts durchgeguckt. Der größte, ekelhafteste Sauhaufen der Welt. Alle zehn. Drei davon, ich glaube drei oder vier, haben schon einen Game-Bun gerade erhalten. Also vor null Tagen. Der muss heute reingerasselt sein. Er noch nicht. Aber ja, jetzt will ich sehen, was da passiert ist. Warum hat sich die Demo aufgelöst? Geh mal, das ist Ostrich da vorne halt. Er wird von dem gekillt, erste Runde. Dann tödelt der Rest noch irgendwie rum. So. Jetzt sind wir weiterhin auf ihm drauf. Er macht ja eine Scouts-Runde. Und ähm... Die hat ein bisschen gedauert. Das Time-Out war noch. Okay, es geht noch los. Vielleicht hat irgendeiner einfach dann das Spiel zerstört. Irgendwie mit einem Cheat. Also früher war sowas möglich. Ich weiß nicht, ob heute sowas immer noch geht. Oder ob man das noch nutzt. Aber die Demo war auf jeden Fall dann hier irgendwie zu Ende. Da hat er reingeballert in die Jungs. Drift nicht, trifft nicht, weil er ein bisschen blöd ist. So. Und jetzt müssen wir genau... Uff, passen. Am Anfang der nächsten Runde. Solle. Ich lasse auf normale Geschwindigkeit und wir gucken einfach... Gucken wir mal, was passiert. Einer ist disconnected. Das sind zwei... Ist der Ewe? Ach, die haben aufgegeben. Das ist ja wohl lächerlich. Ihre Cheats waren nicht gut genug. Bei den CTs waren es, glaube ich, zwei, die einen Game-Bahn hatten. Ach, ich habe sie noch offen. Hehe. Ich mache das jetzt einfach so. Und zwar einmal er hier. Direkt. Muss heute passiert sein. Das ist der Suspect. Hat auch keinen. Hier, das war auch einer der Teased direkt ein. Ah, da waren es nur zwei. Ah, naja. Und hier, never. Genau. Natürlich drücken wir ihm. Vision. Ich meine, Aim, Vision. Other auch. Weil er noch richtige hat. Harter Kacke riecht. Und Grief war, glaube ich, nichts. Ab dafür, du Stinkratte. Sodele, ich wollte das Thema, wie gesagt, eigentlich ausfahren mit Cheater vs. Cheater, wie die Map genutzt wird, wie das Spiel gespielt wird. Aber jetzt ist dann doch nochmal was anderes Interessantes passiert, dass halt direkt drei gebannt wurden. Und ich hoffe ganz fest, dass er auch so schnell wie möglich gebannt wird. Ich habe jetzt in dieser Aufnahmesession, das ist das fünfte Video, das ich heute aufnehme, hatte ich schon zweimal die Meldung, dass ich Overwatch XP bekommen habe. Also, ja, toi, toi, toi. Da scheint wirklich gerade wieder was im Gang zu sein. Die Leute werden ordentlich gepimmelt. So muss es sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video in ungefähr zwei Tagen oder im nächsten Livestream. Dreimal die Woche. Die Zeiten stehen in der Videobeschreibung und hier irgendwo halt wahrscheinlich gerade im Bild. Haut da rein für Games und Skin-Giveaways auf Twitch. Vorbeischauen ist alles. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe.